Da, die laufen hin. Wir brauchen einen First Aid. Hier, ich kann dir welche geben. Auto kommt hierher. Nein, nicht sieben. Hier. Egal. Egal. Hier, neben. Direkt über uns angehalten. Drei ausgenockt. Letzter ist im Haus, glaube ich. Welches Haus? Was? Spieler! Hinter mir! 105! Ja, genau. Hat drei Hits, hat drei Hits. Was? In dem Haus drin ist er. Da rechts! Oh! Oh! Ausgenockt! Der andere ist bei unten. Alle tot! Was? Was? Was sind das für Bobs? Hier, der hat Scope, André! Ja, nice, Mann. Deine Carabiner hier. Deine Carabiner hier. Der hat Mini und Groza, alter. Ich würde wohl die Mini nehmen. Will jemand die K hier? Welche Schweine, ey. Hier rechts an den Wald hin. Links an dem Wald sind Schüsse oder auf dem Hill? Hinter uns waren Schüsse, gell? Die kommen jetzt ja gleich. Die Typen. Da müssen wir fast... Da müssen wir fast hingucken. Ausgenockt! Einer? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ausgenockt. Da ist noch einer. Der krieg aus dem Haus. Ja, geht er weg? Ja. Ich sehe den letzten Spieler, der ist auf Südwesten. Kriegt Geister mit Jets. Oh, fuck, 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 fuck. Ich krieg auch Kreis-Damage. Oh, nein. Lass zu dem Compound, oder? Das ist Scheiße, das ist Scheiße, das ist Scheiße. Ja, ja, der schießt jetzt noch aus der Zone. Auf uns. Die Ratte. Ich hab's irgendwie geschafft. Der ist tot, glaub ich. Ich hab ihn ausgenockt, ja. Ich hab ihn ausgenockt, ja. Loll. Ach, du blockst. Loll. Deswegen kann ich dich nicht bewegen. Ja, sorry. Hier, direkt weg. So, der Typ ist tot, den... Der aus... Der aus der Zone meinst du, ne? Ja. Ja. Alle... Ah, Leute, ich krieg... Ich krieg mal einen Aushalt. Oh, Mann. Wahnsinn. Tot. Ja, Rocco, kann man aber nicht wiederholen. Das war der letzte von denen. Oh, ich krieg. Immer noch großes weißes Haus. Immer noch großes weißes Haus. Nicht dran. Ja, ich hab hier gerade andere Probleme noch. Ich kann mich noch nicht auf die hier im... Dings... Konzentrieren. Nein. Keiner ausgenommen. Ah, Alter. Hab ich mich jetzt frei gehabt? In welchem Haus? In welchem Zimmer? Ja, immer das mittlere Mittel. Ziemlich mittel. Glaublich? Nö, nö. Das war ein Einzelner. Das geht aufs... Das geht aufs... Das geht aufs freie Feld. Komm, lass uns gleich umpositionieren. Was? Kann ich verarschen? Nö. Ach das. Schau mal. Was? das auch was? wie denn? bin safe aber wenn du mich jetzt wahrscheinlich nicht direkt holst, pushen die uns keine ahnung kommt deiner kommt zwei andere Sinne kotzer 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 GG